In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen Homescreen personalisieren kannst. Der Homescreen deines iPads entspricht dem Desktop auf einem Windows-PC oder dem Schreibtisch auf einem Mac. Um produktiv arbeiten zu können, ist es von Vorteil, wenn du deinen Homescreen personalisierst. Wie das funktioniert, zeige ich dir nun. Du siehst hier nun meinen Homescreen, wie er standardmäßig auf einem neu eingerichteten Gerät aussieht. Einige Apps sind vielleicht für dich, deine Kolleginnen und Kollegen oder für deine Schülerinnen und Schüler nicht von Relevanz. Deshalb möchtest du diese vielleicht nicht auf dem Homescreen haben. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Home-App. Um die Home-App vom Homescreen zu entfernen, tippst du mit deinem Finger lange auf das Home-Symbol und du bekommst nun zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre App entfernen. Und du siehst jetzt, das komplette Entfernen ist nicht möglich. Die App kann also nicht deinstalliert werden. Was allerdings möglich ist, ist, dass du diese App vom Home-Bildschirm entfernst. Und das machst du mit einem Klick auf vom Home-Bildschirm entfernen. Und schon ist diese App von deinem Home-Bildschirm verschwunden. Möchtest du Apps nun in Ordner gruppieren, ist das auch möglich. Ich möchte nun zum Beispiel die Bücher-App, Podcast und TV in einen Ordner zusammenfassen. Dazu klicke ich wieder lang auf diese App, klicke auf Home-Bildschirm bearbeiten und nun siehst du, dass die Symbole am Home-Bildschirm zittern. Dieses Zittern bedeutet, dass sie nun bearbeitbar sind. Ein Klick auf das Minus würde die App wieder vom Home-Bildschirm entfernen, aber ich nehme nun die TV-App und ziehe sie auf die Podcast-App. Es wird nun ein Ordner erstellt und diesen Ordner kann ich nun auch umbenennen. Ich nenne diesen jetzt Apple Apps. Wenn ich nun neben den Ordner tippe, kann ich nun auch noch die Bücher-App nehmen, siehe sie auch in diesen Ordner und nun habe ich diese drei Apps in einem Ordner zusammengefasst. Mit einem Klick rechts oben auf Fertig oder einfach einem Tippen auf den Home-Screen verlässt du den Bearbeitungsmodus wieder. Möchtest du eine App aus dem Ordner wieder auf deinen Home-Screen legen, tippst du wieder lange auf den Ordner, Home-Bildschirm bearbeiten, öffnest den Ordner und kannst die App jetzt nehmen und wieder auf deinen Home-Screen ablegen. Ich klicke wieder auf Fertig und habe somit die Bearbeitung beendet. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass wir am Beginn des Videos die Home-App komplett ausgeblendet haben. Die Home-App lässt sich nun allerdings wieder finden und zwar in der App-Mediathek. Um in die App-Mediathek zu gelangen, wischst du nach rechts, bis du in die App-Mediathek kommst. Und hier im Suchfenster am oberen Bildschirmrand kann ich nun die Home-App wieder suchen und mit einem langen Tippen auf die Home-App kann ich sie wieder zum Home-Screen hinzufügen. Möchte ich sie wieder wie gehabt auf die erste Seite haben, tippe ich die Home-App lange an, Home-Buildschirm bearbeiten, die Symbole beginnen zu zittern und ich kann die App nehmen, siehe sie an den linken Rand, das iPad wechselt auf die erste Seite deiner Apps und ich kann hier die Home-App wieder ablegen. Ein Tipp auf eine leere Stelle im Home-Screen beendet den Bearbeitungsmodus wieder. Am oberen Rand meines Home-Screens siehst du sogenannte Widgets, die Uhr, Notizen, eine Mini-Ansicht des Kalenders, Wetter, eine große Ansicht des Kalenders und auch diesen Bereich deines Home-Screens kannst du natürlich bearbeiten. Ich tippe also wieder lange auf den Home-Screen, komme in den Bearbeitungsmodus und links oben findest du ein Plus-Symbol. Mit diesem Plus-Symbol öffnest du die Übersicht der Widgets und kannst nun auswählen, welche Widgets du gerne deinem Home-Screen hinzufügen möchtest. Zuerst werden dir Vorschläge angezeigt, du kannst auch beispielsweise nachsehen, welche Widgets es für den App-Store gibt, es gibt ein Batterie-Widget, du kannst dir deine Bildschirmzeit anzeigen lassen. Du siehst also, mit Widgets kannst du den Home-Screen deines iPads wirklich noch weiter personalisieren, und an deine Bedürfnisse anpassen. Ich hoffe, ich konnte dir einige Möglichkeiten zeigen, wie du dein iPad weiter personalisierst und den Home-Screen an deine Bedürfnisse anpasst.